Maralasana, der Schwimmvogel, ist eine Vorübung für Majurasana, der Pfau. Ausgangsposition ist der Fasensitz. Von hier gib die Knie auseinander und gib dann die Handflächen auf den Boden, Fingerzeigen zu dir hin. Dann hebe das Becken hoch, gib die Ellbogen in den Bauch und halte den Kopf oben. Strecke dann die Beine nach hinten aus und halte die Füße auf dem Boden. Solange die Füße auf dem Boden sind, ist das Maralasana, auch manchmal genannt Ardha-Majurasana. Diese Stellung stärkt die Arme, auch stärkt die inneren Brustmuskeln, die eben versuchen müssen, die Ellbogen innen zu halten und ist eine schöne Massage für die Bauchorgane. Viele der Wirkungen für Maralasana findest du unter dem Stichwort Majurasana in der Yoga Vidya App und auf www.yoga-vidya.de. Wenn als in einer Yogastunde mal der Pfau angesagt wird und du nur diese Stellung machen kannst, dann sei dir bewusst, du machst schon eine vollwertige Yoga-Übung, nämlich Maralasana. Ja. Ja.